Komisch. Immer wenn du dich schminkst, gehst du aus oder du hast Gewalt. Sag mal, warum hast du denn so viele Ostern gegessen? Ich wollte, dass ein Wunder passiert. Wieso brauchst du ein Wunder? Du und Papa, ihr habt mich nicht richtig gemacht. Nein! Ich bin keine Adriana. Und du bist nicht in der Lage, mich hinzukriegen, Mama. Ich komme aus einer ganz anderen Galaxie. Und wie heißt du? Andrea. Adel denkt, sie ist die Tochter eines Außerirdischen aus dem Weltall. Beunruhigt dich das nicht? Die Fantasien von Kindern beunruhigen mich sicher nicht. Sorgen bereiten mir viel mehr die Fantasien von Erwachsenen. Die denken, sie seien noch Kinder. Wo warst du denn? Hinter dem Schiff? Du weißt, das ist gefährlich. Vor allem für dich und für deine Freundin. Das reicht! Hört auf! Ihr seid schuld, dass Mama die Doggen macht. Guck, ich hab nein gesagt. Ich hab nein gesagt! Sie hat nein gesagt! Unsere Tochter will ein Junge sein. Du bist nicht mal imstande, dieses Mädchen richtig zu erziehen. Du und Papa. Habt ihr euch noch lieb? Meine Trägen trennen, Gott. Von wegen trennen. Schlag dir das bloß aus dem Kopf. Was hört denn aus dir? Aber ist jetzt das Innere oder das Äußere wichtiger? Adrie. Gibst du mir ein Kuss, Adrie? Dissert! Pili! Aproposige. Kaffee. 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 Untertitelung des ZDF, 2020